Borussia ist ein großer Verein und am wichtigsten waren mir die Gespräche, die Eindrücke mit den Verantwortlichen. Die haben mich einfach überzeugt und mir das Gefühl gegeben, dass es der richtige Verein für mich ist. Ich versuche immer Spaß auf dem Platz zu haben, immer mein Bestes zu geben und natürlich Qualitäten. Ich würde es am liebsten den Fans und den Zuschauern überlassen, dass die das entscheiden und ihre Meinung darüber machen.